Doch, im Grubenschacht, im Grubenschacht, da sagt irgendeine Gute Nacht. Ich auch. Du hast leider die Kralle um Schädel. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber ich vermute mal, er hat es auf dich abgesehen. Du weißt, wenn diese Krallen wackeln? Nee, weiß ich nicht. Ach ja? Okay. Das ist die Krankenschwester. Ich sehe sie. Das ist diese singende Hasenfrau meines. Ja. Wo ist sie? Sie verfolgt hier wen? Versteck mich hier schon irgendwo. Sie verfolgt wir mit erhobener Axt. Ich bin ungefähr 5 Meter daneben. Naja, vielleicht auch 15. Ich beobachte das Ganze und mache einfach mal meinen Gen fertig. Oh, jetzt hat die Axt ihr Ziel nicht mehr verfehlt. Dann mache ich mal weiter. Jawohl, sie lockt sie weg. Ich habe etwa die Hälfte. Oh, ich habe ein Dreiviertel, habe ich. Okay, aber die Raben kommen wieder. Das heißt ja eigentlich, hier ist sie nicht mehr in der Nähe, sonst würden die aufgescheucht werden. Oder? Denke ich ja. Ui. Ah, gut. Die war die ganze Zeit jetzt hinterher. Ja. Aber ich bin durch. Ah. Ich verfolge sie gleich mal, dass ich in der Nähe bin. Der hängt sie gar nicht auf, oder? Doch. Doch. Bin gleich ready. So. Sehr gut. Ich rette sie. Die sucht mich. Fuck, ich würde sie gerne heilen, aber sie rennt in die Richtung, wo der Hase wächst. Rennt doch nicht dahin, wo der Hase wächst. Das hast du davon. Ich habe doch gesagt, renn nicht dahin. Das ist dumm. Mann. Ich weiß, sie hört mich ja nicht, aber es hat schon einen Grund, warum ich da nicht hingerannt bin. Du bist bei mir gerade vorbeigelaufen, glaube ich. Ich verstecke mich gerade hinter einem Stein. Wir müssen Jens machen. Oh, sie konnte sich loswickeln. Sehr gut. Jetzt ist sie Opfer. Ah, was ist das? Wie geht das? Das habe ich nie verstanden. Hier ist eine Kischt. Wollen wir uns mal an einen weiteren Jen machen? Ich glaube, die anderen machen nichts. Ja, da wo du gerade warst, da ist einer. Allerdings so mittig. Oh, ich habe Kischt. Komm mal mit. Über irgendeinem Ausgang. Oh, der ist an. Ui. Also hier ist einer, neben diesem Wasserturm. Bei dem Ausgang, beim Wasserturm. Da ist ein Jen. Den mache ich jetzt. In dem Wasserturm? Nein, rechts daneben. Also, kommt natürlich darauf an, von wo du guckst, aber. Ich mache ihn jetzt an. Sie ist hier irgendwo in der Nähe. Ja. Ich muss mal kurz ruhig sein. Sie ist bei diesen Gewölben. Da. Oh, da kann ich gerade hin, dass der geht. Dann muss ich wieder weg. So, ich habe einen Jen. Dreiviertel. Äh, ein Viertel. Ich glaube, ich habe dich. Wo bist du? Ich höre es doch irgendwo. Innen drin, oder was? Nein, neben dem Wasserturm. Oh, da ist noch einer. Den mache ich jetzt mal. Okay, Hälfte. Ich glaube, jetzt sehe ich es. Oh, nur gute Fähigkeiten, Checks. Ich brauche die herausragenden. Oh, ein Keller gehangen. Oh, sie sind im Keller, ne? Ja. Oh, Leute, Leute. Aber die andere rettet sie. Die andere rettet sie. So, jetzt Dreiviertel. Mann! Äh, das ist genau an meinem blinden Fleck im Auge. Ich sehe das eine Ding nicht. So, ich muss abhauen. Ist hinter mir her. Komm, nicht zum Wasserturm. Hier bin ich und mache ein Ding. Ja, hallo. Doch. Also, jetzt wäre die Zeit, die andere da zu retten. Du hast doch gesagt, die andere wird sie retten. Ja, eben. Die waren da, nee. Aber irgendwie... Ich versuche, den Jan jetzt fertig zu machen. Ja, irgendwie ist sie nicht mehr hier. Ich höre sie. Ja, sie rennt aber wieder zurück. Ich bin gleich fertig. Soll ich lieber zu deinem anderen gehen? Nee, dann machen wir zusammen. Scheiße, sie ist tot. Da ist sie aber in der Nähe. Ja, ja. Nee, nee, hier. Komm, hier ist es. Komm mir gleich. Ich mache ein Totem kaputt. Mach lieber das Ding hier mit fertig. Oh Gott. Was hat die andere denn die ganze Zeit gemacht? Jetzt liegt sie daneben. Da ist ein Schrank wahrscheinlich. Ja, aber warum hat sie nicht gerettet? Jetzt weiß sie, wie der den Generator nicht ist. Drei Viertel. Ich gucke da... Soll ich die andere mal dann retten? Ja, ja. Sie kommt. Ich höre einen Herzschlag. Jo, sie sind an mir her. An mir vorbeigehauen. Okay, ich rette die andere. Jo, ich locke sie weg. Weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, sie kommt wieder zu euch. Sie kommt zu euch. Sie hat mich... Hat von mir abgelassen. Ich suche noch einen Jen. Jo. Oh, fuck. Die kann ja schmeißen. Nein, du sollst nicht. Die kämpft hier einfach nur. Oh, genau neben dem Haken, ey. So dumm. So dumm. Mach einfach einen Generator fertig. Das ist so dumm. Sie hängt mich natürlich jetzt auch in den Keller. Und hier ist auch ein Generator. Der ist schon an. Wiggle. Okay, das war richtig räudig von mir. Komm, das schaffst du. Ich bin kein Generator. Ein Dreiviertel. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Scheiß die Wand an. Das war richtig, richtig, richtig dumm von mir. So richtig... Ist sie bei euch? Nö. Aber wir hängen beide halt im Keller. Also das ist eigentlich... Kannst du dein Ding fertig machen. Ich hab keinen. Ja, bei mir, da wo wir hängen, da ist einer oben dran. So dumm. So dumm. Fuck. Sie hat mich gesehen. Na, da kannst du jetzt runter uns schnell helfen. Weil dann können wir sie ablenken, wenn wir abhängen. Ablenken, wenn wir abhängen. Oh, jetzt ist hier eine tot. Und weg. Wir müssen uns verteilen. Jo, sie hat mich. Sie sind ja hierher. Ja, versuch einfach nur... Hier ist die Luke. Nee, nee, sie schnappt mich. Nee, sie läuft zu dir. Heil dich hoch. Mach ich. Hab die Hälfte. Dauert noch zu lang. Sie schmeißt nach dir. Ich weiß. Muss man mich eigentlich nur noch antippen. Ich muss dich nur noch antippen? Ja. Aber denk dran, du musst dann sofort aufhören, weil sonst haltst du mich noch weiter. Okay. Okay. Ja. Ich hab versucht, ihr entgegenzugehen und auch das zu machen, aber shit happens. Ja, das Ding ist verloren. Das war eine unüberlegte Aktion, dass ich die retten wollte. Das ist einfach so dumm. Man muss wirklich Jens fertig machen. Die bleibt die ganze Zeit da einfach nur in der Nähe. Aber direkt neben dir, wenn du abhaust, wenn du die Zeit nutzt zum Abhauen... Naja, da hättest du halt die Zeit genutzt. Hab ich doch. Ist beim Hohen Gras. Weil rechts neben dir ist die Luke. Ungefähr 15 Meter oder so entfernt. Die öffnet sich ja jetzt. Aber kriegst du nicht nochmal irgend so einen Boost? Wenn du der Letzte bist. Scheiße. Ach, ärgerlich. Das ist so dumm. Das ist so dumm, dass ich da hingerannt bin. Ja, eigentlich schon. Wir hätten das einfach fertig machen müssen. Egal. Wir lernen aus den Fehlern und machen sie wieder. Die anderen haben halt auch mal wieder nichts gemacht, weißt du. Wir haben halt die einzigen Generatoren gemacht. Ja. Ich verstehe halt nicht, warum die andere sich da unten bei der versteckt hat. Im Keller. So dumm. Hat sie nicht gerettet und dann ist sie auch noch gestorben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ergibt alles keinen Sinn. Bis zum nächsten Mal.